Hallo! 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 Ach, der ist rutscht noch. 1, 2, 3. Gamecore! Hallo! Ja! Gamecore! 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 Jetzt hast du es verkackt. Echt mal! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen ähm ja, Infos neu. Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Die Feenkarte. Ja, Herr Smedilein, was für eine Sorte Bier haben Sie denn zu Kredenzen? Ich werde jetzt ein Gößer Bockbier kredenzen. Und Ihre Wenigkeit, Herr Gamecore, HD? Ich werde mich mit dem vorzüglichen Nörten Hadeberger Pilsner beglücken, Sie Burkenkäfer ausdunstendes Arschloch. Oh! Vielen Dank für diese Schmeichelei! Darauf sage ich nur Prost! Einige Informationen bringen für euch, somit müsst ihr euch nie... Scheiße! Du blöder Wichser! Na los! Pass auf! Ich krieg das hin! Pass auf! Pass auf! Frische Fische Fisch Fisch Fischers Fritze Fisch Frische Nein! Fischers Fritze Fisch Fischers Fisch Fisch Fischers Fritz Na 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 Tsch Fröhlich Du Fröhlich Ja Ja Das ist auch so Jawohl, ich wurde an die Spitze geleckt! Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich! Jawohl, ich wurde an die Spitze geleckt! Wer hat dich denn geleckt? Keine Ahnung, ich glaub, das hast du die Arme! Notarzt muss Sexpaar voneinander lösen! Ich stehe so gerade! Bada 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 bumm! Hier ist der Bild! Ja, Bild! So, Herr Smedilein! Ich habe mir gerade eben aus meinem persönlichen Kühlraum eine Flasche dieses Gerstensaftgetränkes geholt! Ich möchte gerne mit Ihnen auf Ihre Existenz trinken! Haben Sie auch einen Gerstensaft zur Verfügung? Lieber Herr dem Chor HD, auch ich habe aus meinem persönlichen Kühlraum außerhalb des Kühlschrankes einen guten Gerstensaft erworben oder geholt, je nachdem wie Sie es nehmen möchten! Ich würde nun gerne mit Ihnen anstoßen und hoffentlich nichts verschütten! Ja, in der Tat! Verschütten ist keine Option auf unseren löblichen Getränkabend! Was sagt SirAndy89 zu diesem Vorgehen? Oh, zügig! Näh! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo! Ja, nach dieser langen, dreiwöchigen Kacke! Nochmal! Verschütten! Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nur ein Zombie. He. He. Meinz er Prilgamer. Kann man die Chat ja auch irgendwie deaktivieren? Svanger Flenschwiffen Splint mit oberen Dichtungs Splintring. Ich nehm die Nummer 3 Svenja Ich nehm die Nummer 4 Ich nehm gar nichts Zunot Pax haust immer ne Packung WD40 rein Ich nehm die Scouts zu verpassen 1 1 muss ich dir noch schicken, das ist ganz besonders schön Auch Mann Hicke mir, baby, One more time your emptiness is kidding me give me a sign let me let me one more time back streets back I just called to say I hate you I hate you I hate you I hate you Jetzt hat er schon wieder Jetzt ist es vorbei Jetzt brauchen wir auch nichts mehr auf Markus schafft dein Handy Schafft dein Handy Wo ist mein Handy Wo ist mein Handy Doch hat sein Orgasmus Apropos Orgasmus Ich hatte gestern Apropos Orgasmus Ich hatte gestern Das ist cool ja Aber es ist ernst Der doch sofort geworden ist Ja Der zuckt nur weh Hahahaha Aua Ich hab gestern einen Menschen gefunden Der auch einen Orgasmus hatte Oder was Nein Dem ich tatsächlich Lustige Witze Witze vorgelesen hab Das ist lustig von Ja Hahahaha Und tschüss Hahahaha Hahahaha Irgendwelche seltsame Sprachnachrichten User joined your channel Wildes Kanelloni Los GameCore Let's bring attack Hahahaha 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 Das war's für heute.